Liebe Volleyball- und Beachvolleyball-Freunde, die Beachvolleyball-Saison 2018 steht vor der Tür und wie ihr sicher wisst, werden die ersten Trainings und Turniere meistens nass und kalt. Damit ihr trotzdem perfekt ausgerüstet seid, zeige ich euch heute verschiedene Beachsocken von TSM und von Vincere. Viel Spaß bei diesem Video! Die Beachsocken von Vincere gibt es bei uns in drei verschiedenen Farben. Einmal klassisch in schwarz, dann im knalligen Pink oder im blau-schwarz-weißen Blitzdesign. Es gibt sie in den Größen XXS bis XXL. Die entsprechende Umrechnung in eure Schuhgröße findet ihr bei uns im Online-Shop. Ich mit der Schuhgröße 45 habe hier eine Beachsocke in der Größe L. Die Oberseite der Beachsocke besteht aus einem dünnen und sehr flexiblen Material, was für eine optimale Passform sorgt. Im Bereich der Zehen und der Ferse wurde ein etwas dickeres Neoprenmaterial verwendet, zum Schutz vor Kälte und extremer Hitze. An der Unterseite der Beachsocke wurde ebenfalls ein etwas dickeres Material gewählt. Dieses ist nicht schnettfest, hält aber gröberen Sand locker aus und ist insgesamt sehr flexibel. Damit die Beachsocke auch an deinem Fuß bleibt, wurde hier im Bereich über dem Knöchel noch ein Klettverschluss mitverarbeitet. Diese Beachsocke gibt es auch in einer kürzeren Variante ohne Klettverschluss. Sie geht bis knapp unter deinen Knöchel und ist hier oben durch eine Naht verstärkt. Ansonsten ist sie genauso flexibel und gut verarbeitet wie die lange Variante. Es gibt sie bei uns in den Farben Schwarz und Azur Blau. Als nächstes zeige ich dir die Beachsocke von TSM. Es gibt sie bei uns in der Farbe Schwarz in den Größen S bis XXL, wobei die Größenumrechnung wieder auf der Onlineshopseite zu finden ist. Die Socke umschließt deinen Knöchel und wird hier oben mit einem starken Klettverschluss verschlossen. Bereits mit bloßem Auge ist zu erkennen, dass bei der Beachsocke eine dicke Isolierschicht verwendet wurde, die flexibel ist und besonders vor starker Hitze und extremer Kälte schützt. An der Unterseite wurde ebenfalls ein starkes und dickes Gummi verwendet, sodass spitze Steinchen und grober Sand überhaupt keine Probleme für dich sind. Die gute Verarbeitung und der optimale Schutz vor extremer Hitze und Kälte machen die TSM Beachsocke auch zu meinen persönlichen Favoriten. Und wie gefallen dir die Beachsocks? Hast du die verschiedenen Varianten vielleicht schon einmal getestet und eigene Erfahrungen damit gemacht? Schreib es uns jetzt unter dieses Video in die Kommentare. Und wenn du dich jetzt für die Beachsaison 2018 perfekt ausrüsten willst, in der Videobeschreibung findest du alle Links zu den Beachsocken bei uns im Onlineshop. Viel Spaß damit und eine erfolgreiche Saison 2018. Ciao!